Wir schauen uns heute den Ring Chime und den Ring Chime Pro an und wie man die beiden Geräte über die Ring App installiert. Der Ring Chime funktioniert als Türgong. Nach dem Auspacken wird der Stecker hier einfach direkt auf den Chime draufgesetzt. Dann kommt das Gerät in die Steckdose und dann geht es schon los mit der Installation in der App. Die Voraussetzung, dass ihr einen Chime bei euch installiert, ist, dass ihr eine Videodorbell nutzt, damit der Chime dann das Türklingelsignal überträgt. Dann ladet ihr euch die App für iOS bzw. für Android auf euer Smartphone herunter, installiert diese und dann könnt ihr auch schon direkt den Chime installieren. Das ist ganz einfach und selbsterklärend. In diesem Fall wählen wir hier den Chime. Der ist schon an die Steckdose angeschlossen. Wir haben ihn jetzt gerade hier im Untergeschoss installiert. Ansonsten kann man auch benutzerdefiniert angeben, wo genau sich der Chime befindet. Dann warten wir jetzt darauf, dass das Ring Logo an dem Chime pulsiert. Die App wird dann automatisch mit dem WLAN kommunizieren und den Chime dort einbinden. Dazu muss ich natürlich das Passwort eingeben. Nach der Eingabe des WLAN-Passworts kann dann auch die Verbindung hergestellt werden und dann ist der Chime auch gleich eingerichtet. Hier kann ich jetzt auswählen, mit welchem der installierten Geräte der Chime verbunden werden soll. In diesem Fall stehen zur Auswahl eine Videodorbell 2, die vorne an der Haustür angebracht ist, oder eine Spotlight Cam, die im Garten angebracht ist. Ich entscheide mich jetzt für die Haustür und dass sie bei der Klingel benachrichtigen soll. Ich kann natürlich aber gleichzeitig auch noch auswählen, ob jetzt zum Beispiel bei Bewegungserkennung im Garten der Chime klingeln soll. Die Funktionsmöglichkeiten in der App sind für den Chime und den Chime Pro dieselben. Der Chime Pro hat, wie er bereits erwähnt, einfach nur noch die Zusatzfunktion, dass er auch als Repeater für das WLAN funktioniert. Über die App haben wir zum einen Einblick in den Gerätestatus. Hier sehen wir, mit welchem Netzwerk wir verbunden sind, wie die Signalstärke ist und noch ein paar weitere Gerätedetails. Außerdem können wir hier nochmal genau schauen, welche Geräte mit dem Chime bzw. dem Chime Pro verbunden sind. Unter dem Punkt Chime Töne verstecken sich verschiedene Klingeltöne, die man für den Chime und den Chime Pro einrichten kann. Hier gibt es alles von verschiedenen Klingeln bis hin zu einem Hundebellen. Zu guter Letzt haben wir noch den Punkt Chime Snooze. Hier lässt sich der Chime bzw. der Chime Pro für eine gewisse Zeit stilllegen, wenn ihr nicht gestört werden wollt. Wie auch schon beim Chime wird beim Chime Pro zunächst einmal der Stecker hinten aufgeschoben. Danach kommt das Gerät dann direkt in die Steckdose. Das Ring-Logo fängt dann an zu leuchten und das bedeutet, dass man dann mit der Installation per App loslegen kann. Wie auch der Chime wird der Chime Pro ganz einfach über Geräte hinzufügen in der Ring-App installiert. Dazu wieder über Chimes, dann hier jetzt Chime Pro auswählen. Dann wartet man wieder darauf, dass das Ring-Logo auf dem Chime Pro leuchtet. Wir geben dem jetzt mal einen benutzerdefinierten Namen an. Und zwar nennen wir das mal Wohnzimmer. Jetzt warten wir, bis das Ring-Logo langsam pulsiert. Auch hier wählen wir wieder das bestehende WLAN, in das wir das Gerät integrieren möchten. Hier müssen wir nochmal das Passwort eingeben. Der Chime Pro verbindet sich dann mit dem Internet. Auch den Chime Pro kann ich jetzt den bestehenden Türklingeln bzw. Sicherheitskameras zuordnen. Wir verbinden auch nochmal die Haustürklingel. Und damit ist das Gerät eingerichtet. Hier über die Anzeige sehen wir jetzt nochmal ganz genau, dass wir zum einen im Untergeschoss einen Chime installiert haben und im Wohnzimmer haben wir einen Chime Pro installiert. Über die beiden Bilder kommt man dann auch direkt zu den Funktionen der beiden verschiedenen Geräte. Wie auch bei den anderen Ring-Produkten ist die Installation des Chime bzw. des Chime Pro extrem einfach. Die App hilft einem bei jedem Schritt. Spannend dabei ist, dass man so viele Türgongs mit seinen bestehenden Sicherheitskameras und Türklingeln verbinden kann. Weitere Infos zum Chime, zum Chime Pro und den ganzen anderen Ring-Produkten findet ihr natürlich auf ring.com.